Ach so! Der Himmel ist blau. Sieht das nicht schön aus? Hallihallo, liebe Deutsch-Lernende! Heute bin ich recht glücklich, da ich gerade ein sehr inspirierendes Gespräch mit meinem Mitbewohner hatte. Das bewegt mich immer sehr, das macht mich immer sehr glücklich und das inspiriert mich immer sehr, wenn ich tolle Gespräche habe mit anderen Menschen. Und gestern hatte ich auch sehr viel Spaß, da ich ein Computerspiel gespielt habe, das ich seit langer Zeit nicht mehr gespielt habe. Und zwar war das Skyrim. Das hat sehr viel Spaß gemacht und dazu habe ich es auch noch für euch aufgenommen, dass ihr auch davon profitieren könnt. Denn eine Sache, die ich für mich entdeckt habe und die ich sehr hilfreich finde, ist es, Let's Plays auf Italienisch zu sehen. Da ich ja Italienisch lerne, lerne ich italienische Let's Plays und für euch, da ihr Deutsch lernt, wollte ich ein deutsches Let's Play machen. Und zwar ist das sozusagen das erste Let's Play and Learn German, lass uns spielen und Deutsch lernen. Denn es ist das erste Let's Play, das spezifisch für Deutschlernde gemacht worden ist. Denn ich rede so viel ich kann in diesem Let's Play und auch immer im Zusammenhang mit dem Spiel, im Zusammenhang mit dem, was man gerade sieht. Und das, denke ich, ist auch sehr effektiv. Die Methode, die wir hier benutzen mit diesen Videos und auch der Grund, warum ich denke, dass diese Videos nützlich für euch sind, ist, dass ihr verständliche Inhalte bekommt durch dieses Video. Ich rede und ihr versteht ungefähr 50 bis 80 Prozent und laut dem Professor Steven Graschen, das ist ein Sprachwissenschaftler, ist das die effektivste Methode, um eine Sprache zu lernen. Insofern möchte ich euch ermuntern, diese Videos der Reihe nach anzuschauen und auch gerne öfters anzuschauen. Das wird euch dann noch mehr helfen, wenn ihr diese Videos nochmal und nochmal anschaut. Damit verinnerlicht ihr die deutsche Sprache. Damit wird euch die deutsche Sprache mehr und mehr vertraut. Und das Gute ist, dass euer Gehirn praktisch im Unterbewussten auch weiterlernt. Eben dadurch, dass ihr sehr viele Sätze hört, sehr viele Phrasen und dass ihr aus dem Zusammenhang auch viele Dinge euch erschließt. Arbeitet euer Unterbewusstsein sehr stark mit. Und am Anfang ist es wirklich wichtig, erstmal nicht zu sprechen, sondern ganz viel zu hören. Und die Grammatik, so oder so, meiner Meinung nach, brauchte die nie direkt zu lernen. Ihr könnt es natürlich machen, wenn ihr der Meinung seid, dass es euch hilft. Aber ich habe es für mich nützlich gefunden, die Grammatik komplett zu vergessen, da sie automatisch kommt. Wenn man sehr viel von einer Sprache hört, sehr viele Leute in der Sprache sprechen hört oder sehr viel einfach hört, dann lernt man die Grammatik automatisch. Deshalb mache ich mir auch nicht die Mühe, sie jetzt lang und breit zu erklären, denn das würde euch nur frustrieren. So lernt ihr aber Deutsch auf eine Art, die nicht frustrierend ist und hoffentlich auch interessant für euch. Insofern war es dies erstmal für die zweite Lektion und schreibt mir ruhig in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat und was euch gefallen hat bis jetzt. Und ich möchte euch auch ermuntern, meine Let's Plays anzuschauen, denn das wird euch noch mehr weiterbringen. Okay, das war's. Habt viel Spaß beim Deutsch lernen und wie immer lernt Deutsch mit Leidenschaft. Tschau tschau tschau.